Ein Toter auf einer Bodensee-Insel. Du hast mich vom Fall abgezogen. Die tödliche Kugel stammt aus deiner Waffe. Und du warst nun mal dort. Zahler, wer ist der Mann? Was haben sie dort gemacht? Leitner ist die einzige Spurzug am verschwundenen Vater. Man muss dich vor dir selber schützen. Meine Leute ermitteln, den Fall Johannes Leitner. Zahler, wir sind raus. Was ist sowas von? Die Toten vom Bodensee. Montag, 20.15 Uhr.